Als ich den Song Neue Zuversicht geschrieben habe, war das der allererste Versuch für meine CD. Also der allererste musikalische Entwurf, das erste Arrangement. Und mir war damals schon klar, dass es auch der letzte Song der CD werden wird. Er ist vom Text bewusst so gehalten wie ein alter Choral, weil ich auch viel durch diese Arbeit beim Liederschatzprojekt von dieser Sprache irgendwie immer wieder begeistert werde. Und ich habe das dann einfach so gelassen, wie es gekommen ist. Und ich fand es ganz spannend, dazu vom musikalischen her eher so einen moderneren Ansatz zu wählen. Und mir war auch irgendwie klar, dass das Stück nochmal eine Reprise haben wird. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr den Song hört, auch wirklich die Reprise noch dazuzuhören, die dazugehört. Und für mich den Sack zumacht, wenn man so will. Und die CD wirklich zu einem Ende bringt. Und irgendwann wünsche ich mir, dass ich live mal auf einer großen Bühne spielen kann und die Chöre, die auf der CD im Moment alle von mir zu hören sind, dann von euch zu hören sind. Das muss vielleicht noch ein bisschen warten, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Du stellst alles wieder her, erneuerst all mein Sein Ich bin neuer Zuversicht, denn ich bin nicht allein Du stellst alles wieder her, erneuerst all mein Sein Oh!